Ja, ich denke an vergangene Krankenhaustage. Ich sehe mich in einem Schwimmbad vor 10 Senioren, die gerade an der Hüfte operiert wurden. Und ich bin der Physiotherapeut und sage, hallo meine Damen, schön, dass wir uns hier um 7.30 Uhr verabredet haben zur Aquagumnastik. Bitte nehmen Sie sich so ein Ding, das finden Sie neben den Schwimmnudeln vorne rechts beim Eingang. Und dann geht es auch schon los und dann sehe ich mich so das Ding runterdrücken, damit erstmal die Armmuskulatur warm wird. So was sehe ich. Es könnte aber theoretisch auch was sein, irgendwas, nee, also unter dem Rücken des Legens glaube ich nicht. Es ist irgendwie aus so einem Swimmingpool. Ja, die erste Staffel von The Big Bang Theory. Es geht glaube ich, ihr spielt an auf den Kandidaten hier, der hinten drauf ist mit Brille. Komischerweise hat man mir mal, nachdem ich einfach auf irgendeiner WG-Party mal die Brille aufgezogen habe, gab es ein riesiges Geschrei. Achso, wir haben sogar eine Brille. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Vielleicht bin ich es ja. Also, ich bin eigentlich bekannter Hollywood-Schauspieler und diese Musik in Deutschland ist natürlich einfach nur ein kleines Hobby nebenbei. Ich hatte gerade, achso, jetzt check ich es erst, dass ich deine Brille auf dem Kopf hatte. Ah, geil, super, ja. Fahrradhelm, ja. Ist der neu oder ist der benutzt? Ja, Fahrradhelm. Ich habe mir auch ein Fahrrad gekauft. Tatsächlich. Und tatsächlich auch ein Fahrradhelm. Mutti hat es gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten in Berlin, Stadt ist voll, selten so viele Freunde gehabt, die sich in letzter Zeit, also echt viele Leute hat es hingelegt. Und ich glaube, heutzutage ist es gar nicht schlecht, wenn man einen Fahrradhelm trägt. Auch wenn man natürlich dann die Frisur nicht immer so halten kann, wie man sie will. Aber das Leben ist voller Kompromisse. Ah, ja. Das müsste die Firestrike Elite sein. Ja, das ist nämlich das kleinste Modell, was es momentan gibt. Wir haben auf Tour so eine kleine, naja, also es ist eigentlich eine strategische Maßnahme fürs Tourmanagement, wenn man morgens nicht rauskommt. Und der ein oder andere, der dann doch etwas länger im Bus unten sitzen geblieben ist und das ein oder andere kalte Getränk miterlebt hat, musste dann... Wir haben eine etwas größere, die tut auch ein bisschen mehr weh, da wird man auch schneller wach. Aber die wäre vielleicht ja auch für solche Termine wie heute ganz wichtig, dass man da mal den ein oder anderen auch wecken kann. Darf ich auch mal schießen? Ja, doch, die hat ganz schön Zunder, doch trotzdem drauf. Du hast gegen die Wand geschossen, nur der Pfeil ist in die Kiste geflogen. Ja. Der ist hier drin. Also, Respekt. Ja. Das ist natürlich, äh, ja. Ähm. Ich erinnere mich immer noch daran, es gibt eine Geschichte, da saß ich mal an einem Frühstückstisch vor einem Freund von mir und der wollte seinen 15. Geburtstag planen und es war noch neun Monate hin. Und die Mutter hatte dann doch so eine gewisse Eigenart, wo es gegenüber und auch ihm gegenüber, wo man nicht ganz genau wusste, wie sie das eigentlich meint. Und wenn ich natürlich das jetzt sehe, muss ich an diese Geschichte denken, weil er hat seinen Geburtstag geplant. Er wollte, er ist 15 geworden und dann sagte die Mutter, als er dann alles erzählt hat, was er geplant hat, Max, das ist in neun Monaten. Weißt du, ob du morgen vom Bus überfahren wirst? Zör mal auf mit dem Gesang hier, ja. Ja, deswegen, ich halte mich mal an die, an die Worte. Äh, wenn ich, äh, so fünf Monate davor, könnt ihr mich nochmal fragen, dann weiß ich auch, äh, ob ich das im Geheimen stillen mache oder alle einlade. Ihr seid natürlich herzlich willkommen dann. Musik 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 Vielen Dank.